Ja, mach einfach. Dann sag was. Ja, du musst jetzt die Berührung machen. Ja, mach du. Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Deldiview mit Lukas und diesem Quickscope, der gerade nicht vorhanden war. Ich spiele mit dem kleinen Finger und mit dem Wingfinger. Ich würde das jetzt versuchen. Und ich spiele mit einer Hand. Ich bin beim Penis. Also spielst du gar nicht? Der wäre fast witzig gewesen. Ja, kurz mal lustig. Lustig, Minus, Minus. Ja, super, Cis. Warum hat der Stoßmesser nicht getroffen, Alter? Ey, wo ist der? Ja, da bin ich. Der came doll da, Mann. Warum fragst du überhaupt noch? Das war ich, glaube ich. Was? Was war er? Was war ich? Was leckt? Du warst zuerst. Das war die Pornos in HD. Also bei mir. Ja, doch, was leckt. LOL. Skill not found. Punkt, Ecke, Domme. Stopping on the Humpty. Irgendwie ich darf Cap, wo ich will. Und was ich will. Steht in der Freiheit, Erklärung von Südafrika. Stopp, wo ich will. Und was ich will. Und wie ich will. Ja, ich hätte die Scheiße. Schlimme Typen sind, dass sie hätte die Scheiße. Direktes. Okay. Okay. Wer hat die Bind? Noch, wo muss man sein, der Herr, wo ist das, ich will es wiederhaben? Dann nicht. Oh. Oh, LOL. How did I do that? I don't care. I care. Ich hab noch was, aber wo ist das, wo ist das, wo ist das? I don't care. I care. Hm. 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 Wir sind schlossen. Ja, das war es nicht so, der Burner. Ja, na, 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 na. Mit A. Mit A. Das war auch nicht so der Burner. Ich kann nicht mal Hass kommen. Mit A, na, na. Der hat voll den krassen Score, Alter. Wer? Also, mit krassen H. Oh, oh, falsche Waffe. Ich hab gewechtelt aus der See. So. Oh, Mann, nein. Wie ich da mit Nasen komme da. Mann. Gammel. Gammel. Der war schon wieder drauf. Wie kann das denn sein? Das ist immer einfach. Ey, Lucas hat nur drei Kills. Wie kann das sein? Vier. Weil ich nur mit nem schönes Wolfsmeister irgendwie... kille. What the fuck, was war das? Mann, ich hab nur ne Barrette, das ist behindert. Ja, du spielst auch sonst ne Barrette. Das ist ne Lüge. Das ist auch keine Lüge. Ja, Mann, ich hab von hinten das... Da, wo... Nein, ich wollte die Waffe aufnehmen. Ich hatte die Waffe aufgenommen. Der Boss war tot. Der Boss war tot. Ach ja. Das war fast ein Heardscope. Oh, wow! Das war echt schwer, das zu treffen, wenn du vor mir schanzt. Ja, ich hab ihn schon gesehen. Das war schwer so, denn was ich ganz gut genug genug gemacht hab. Das war schwer so, denn was ich ganz gut genug 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 genug. So, jetzt mach ich auf Reis. Ja, weil es stehst du auf dem Feld und machst nicht so da was. So richtig schöner Heardscope, ja. Stehst du auf dem Feld und machst nicht so da was. Ne, so schnell will ich nicht. Ich will nicht so dir imitieren. Nur ein bisschen. So, nicht so hart. Ja, ist so. Sonst könntest du ja anfangen zu weiden und dann... Dann wär das Copyright, weil es so... Ja, was drauf. Wie fliegt das Wurf besser aus deinem Kopf raus. Wie fliegt das Wurf besser aus deinem Kopf raus. Wie fliegt das Wurf besser aus deinem Kopf raus. Das ist super. Wow, clap, clap your hands. Clap your hands, dünke. So, na, lass mich. Ja, der ist nicht von ihm töten, nur weil er weiß, wo ich bin. Ich würde bis ich nicht gesehen. Oh, Lor. Farbe. Warum kannst du schneller schießen als ich? Ah, ich... ein Dömy bin. Hä? 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 Oh, ha! Das war ein Quickscope. Definitionssache. Das Quickest. Nein. Boah, das war so ein geiler Kill. Guck dir das an, bitte. Zu spät. Ey, du bist scheiße. Weißt du, wie geil das war? Ich hab einmal... Einmal erst mal geschossen. Dann hab ich dich nicht getroffen. Ich hab die ganze Zeit gesehen. Dann hab ich deine Waffe aufgehoben. Deine Ballette. Und dann hab ich dich erst gekillt. Das war so geil irgendwie. Das war so geil auch. Geil, dann hab ich mit Weapon Switch, Junge. Und dann hab ich so kill, ey. Das war kein Weapon Switch. Boah, war richtig geil, Alter. Boah, Bomby? Ich geh. Hehehe. Also, Mann. Hehehe. Hehehe. Ach, es geht. Ah, zack, traurig. Da war man. Wo ist der? Wo ist der? Loohohohohohohoho. Meil nicht. Oh. Ah. Oh, lol. Ich dachte, ich wollte den da hinten töten. Oh, da soll ich. Boah. 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 Buchholz und Bordel 5 der Lenz ja, wie läuft denn du? Bist du ein Arschopfen oder was ist los bei dir? Meiner Fässer, Mann! Das war auch Polar-Reihe, oder? Ja, wir nehmen nicht auf, ne? Stimmt, ne, wir nehmen nicht auf, ich tu nur so. Ich hab nicht Parker gemacht, kann das sein? Nein! Ey, Fick dich! Das wäre mein Kind. Mach nicht Daniel nach, Mann! Ich wollte da nicht gucken, auf dich, ja? Ja, warum? Nicht egal, ob du da nicht gucken willst oder da campen willst oder da nicht kacken willst. Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Das ist ja scheiß Stelzbomber, mich jetzt kickt. Ich bin nicht tot. Stelzbomber. Oh. Ich bin nicht tot. Sie stellst die Bomber. Warum hast du? Warum hast du Updater? Warum? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein, das war so ein richtiges Spiel. Das war so ein richtiges Spiel! Ich bin tot! Bäm! 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 Bäm!